Hey Leute, weiter geht's mit Let's Retro, The Elder Scrolls 4 Oblivion! So, beim letzten Mal sind wir hier in Haus Beniros eingezogen, Leute, unser Haus in Anvil. Ein sehr schönes Haus, muss ich schon sagen. Oder finde ich zumindest. So, jetzt muss ich aber erstmal nachsehen, Leute, denn, denn... Ich glaube, sie hieß Notiz. Einfach nur Notiz. Wir hatten eine Notiz gefunden, der ich nachgehen wollte. Ah, da haben wir sie ja. Moment mal, dann kann ich die anderen beiden ja wieder wegräumen. So, und die einzelne hier, die bleibt. Mal nachsehen, ob wir hier die richtige haben. Ja, das möchte ich nämlich noch machen, Leute. Aber zuallererst werden wir jetzt erstmal die Sachen, die wir haben, verkaufen. Oder unseren Tar aufräumen. Und wir haben ja einen gewissen Händler jetzt, zu dem wir immer gehen können. So, es ist doch Tag. Wunderbar! Der Händler müsste da vorne sein. Das da ist er, glaube ich. Willst du nicht verkaufen? Halt! Du bist es doch! Wer bist du? In hier raus! An mein Blut kommst du nicht! Weg mit dir! Verdammt! Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort! Oh, gut! Er spricht mit uns! Das ist wirklich toll! Wir verkaufen nur vom Besten. Wir sollten mal wieder Blut saugen, Leute. Na gut, aber jetzt verkaufen wir erstmal. So, mal sehen, was alles weg kann. Fragmente von Lorcans Tagebuch, die können eigentlich auch weg. So, ich sehe gleich alles durch, damit ich auch weiß, was dann alles weg kann. Das ist ein Exzene. Super, billiger Wein kann weg. Die können auch weg. Die können weg. Und das ist ein... Gold-Edelsteine-Ringe. So, so. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ringe Lebenskraft. Uh, da sehen wir mal nach, ob wir den haben. Das kommt nach einem angemessenen Preis. Stab der Flamme. Da sehen wir auch mal nach. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Ebenso. Wiedersehen. Veränderung hat sich verbessert, Leute. Wir sollten rasten. Juhu, das machen wir. Au. So, aber bevor ich jetzt raste, machen wir erstmal das, was gemacht werden kann. Fragmente von Lorgrin's Tagebuch können weg. Ein Schlüssel, die können... Da kann nichts weg. Wir haben noch ein gestohlenes Buch hier zu verkaufen. Hier war sonst nichts weiter. Ring der Lebenskraft. Da sehen wir mal nach. Ring der... Lebenskraft haben wir nicht. So, und der Stab der Flamme. Stab der Flamme haben wir auch noch nicht. Super. Dann... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Aber ich weiß nicht mehr was. Gehen wir mal Stabpfeile holen. Wenn wir welche bekommen. Ja, wie viele brauchen wir? So, 746 und 19 sind 765. Das heißt, wir brauchen noch ganze 235. Super, dann haben wir 1000. Dann gehen wir jetzt schlafen. Eine Stunde sollte reichen. Willenskraft und Stärke geht gar nicht mehr. Hä? Lol. Wieso? Da haben wir doch noch gar keine 100 erreicht, oder? Naja, ihr seid aufgestiegen zur Stufe 46. Wenn man den Erfolg seiner Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als hat man nur Glück gehabt. Aber ihr wisst ja, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolges selbst verdient habt. Na gut, also am meisten kriegen wir... Also erstmal einen Punkt Glück. Glück beeinflusst alles, was sie tun, hat aber keinen Einfluss auf ihre Fertigkeiten. 95 Punkte, juhu! So, dann am meisten kriegen wir bei Persönlichkeit. Beeinflusst, wie sehr die Leute sie mögen, was sie das Sammeln von Informationen erleichtert. Zuständig für die Fertigkeiten, Wortgewandtheit, Handelsgeschick und Illusion. Ach, vielleicht habe ich bei Willenskraft und Stärke einfach keinen Punkt gemacht, denn 107 und 104, ja schön, aber das kann unmöglich unser jetziger Wert sein. Das wird anscheinend wieder falsch berechnet, naja. Und dann am wenigsten hätten wir bei Intelligenz, dann nehme ich da auch diesen einen Punkt. Beeinflusst ihre allgemeine Magie und Magieanwendung. Zuständig für die Fertigkeiten, Alchemie, Beschwörung und Mystik. So, dann! Möchte ich da jetzt nachsehen, Leute? Das kann doch unmöglich sein. Ja, 144 Punkte in Stärke. So, Stärke. Hier, es werden 67 Punkte von Stärke, wird Stärke verbessert. Ganz ehrlich, 144 minus 67 ist weniger als 100. Also da war irgendwas falsch. Entweder haben wir wirklich keine Punktenstärke gemacht oder es wird falsch berechnet. Aber diese Fehler gibt es ja leider überall. Hier, Vampir-Tabu 20. Oh, durch den Vampirismus wahrscheinlich. Quatsch, Brustharnisch, Herz der Grausamkeit, großer Ring der Stärke, Ring der Vollendung und die Eigenschaft Krieger. Na gut, die Eigenschaft Krieger zählt wahrscheinlich tatsächlich einfach direkt. Naja. So. Egal. Wir haben jetzt soweit alles. Das heißt, bis auf das rote Buch der Rätsel, das würde ich gerne noch verkaufen. Kann ich denn mittlerweile, ich speichere mal hier eben, kann ich denn mittlerweile von hier aus schnell reisen? Nachdem das Spiel immer beendet wurde. Nein. Blöd. Na egal, dann machen wir das einfach später, wenn es mal Nacht ist. Ähm. Ich würde jetzt gerne eine Quest machen, Leute. Und ich weiß noch nicht, welche. Hm. Hier haben wir lauter Trainingsquests. Jetzt machen wir einfach mal hier die Täuschung der Sirenen. So. Mailona sagte mir, oder Mailona, sagte mir, dass die Männer üblicherweise in der örtlichen Kneipe zur schwimmenden Schüssel angesprochen würden. Dort sollte ich den Kontakt zur Bande herstellen. Ich sollte mit Gogan sprechen, da er eventuell weitere wichtige Informationen hat. Na dann gehen wir doch da mal hin. Gugans Haus. Darf ich nicht rein? Das ist blöd. Geben wir einfach mal in die Kneipe. Geht es euch gut? So, ich schwimmen mit den Schüssel. Wir haben ja schon unsere Verdächtige. Fühlt ihr euch nicht gut? Geht es euch gut? Eure Haut sieht seltsam aus. Ist sie nicht da? Hier ist tatsächlich keiner mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass sie nicht da ist. Da müssten wir wirklich erst mit, mit, äh, mit ihm sprechen. Haben wir uns beim letzten Mal eigentlich diese Bilder angesehen? Das sieht echt schön aus. Hm. Toll. Okay. Dann, keine Ahnung, vielleicht können wir ja irgendwie einbrechen und dann mit ihm reden. Vielleicht hat er einen Hintereingang. Hat er nicht. Hallo, so ganz. Erstmal heilen. dann ein Eisschild und dann reden wir mit ihm. So, mag er, mag er nicht, mag er nicht, mag er. Es reicht. Was für ein Unsinn. Es braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Diese Versuch wohl kaum. Erzählt nicht. Gutes Argument. Nicht wahr? Anvil. Verzeiht, ich bin neu in der Stadt. Ich kenne hier keine Menschenseele. Bande. Ich sehe, meine Frau konnte wieder mal ihren Mund nicht halten. Ja, es stimmt. Ich habe den Familienring an diese Sirenen verloren. Die ganze Sache ist mir zwar sehr peinlich, aber nicht so peinlich, dass ich euch nicht um Hilfe bitten würde. Ich saß in der schwimmenden Schüssel, als die bezauberndste Nord, die ich je sah, und eine ebenso attraktive Kaiservolkfrau eintraten. Wir redeten kurz und dann folgte ich ihnen zu einem Bauernhaus. Drinnen baten sie mich, all meine Sachen und Gegenstände abzulegen. Nun, das tat ich. Und plötzlich zogen sie Waffen und nahmen mir alles. Dann schickten sie mich weg, ohne einen Fetzen am Leibe, diese Dernen. Bitte helft mir, diesen Ring zurückzubekommen. Ich will damit die Reste meiner Ehe retten. Ich bin auch nur ein Mann. Wie konnte ich ihnen widerstehen? Und jetzt stecke ich in der Klemme. Tja. Nach dem Gespräch mit Gogan weiß ich, dass es mindestens zwei Bandenmitglieder gibt. Eine kaiserliche und eine Nord. Sie locken Männer zu einem abgelegenen Ort, überreden sie dort zum Ablegen ihrer Kleider und Ausrüstung und machen die Hilflosen dann nieder. Ich glaube nun genügend, um Informationen zu haben, um die Taverne zur schwimmenden Schüssel beobachten zu können. Beobachten. So, so. So, ich brauche eine neue Fackel. Ist alles in Ordnung? Ihr seht etwas krank aus. Oh, hallo. Hallo, ich höre die Kanasan. Ah. Sie nie will mit euch reden. Ich glaube, euch wird gefallen, was sie zu sagen hat. Ach so? Das ist die Kaiserliche, das ist die Nord. Ihr solltet wirklich einen Heiler aufsuchen. Isolde, ich hatte dich verdacht. Es tut mir leid. Ich sehe euch hier das erste Mal. Oh, und ihr seid auch allein. Wie traurig. Nun, wenn ihr wollt, können wir dieses kleine Problem lösen. Ihr müsst wissen, Faustina und ich, wir sind auch allein und wir suchen Gesellschaft. Ihr scheint da genau der Richtige zu sein. Ich sage euch etwas. Wir haben eine gemütliche Bauernkarte nicht weit von hier. Dort könnten wir uns nun besser kennenlernen. Ich markiere es auf eurer Karte, damit ihr nicht vergesst, wo ihr uns finden könnt. Treffen wir uns dort um 11 Uhr. Ich verspreche euch eine Nacht, an die ihr euch noch lange erinnert. Okay. In Ordnung. Mag sie nicht. Mag sie. Mag sie nicht. Mag sie. Die beiden mag sie also. Nächte voll Spaß. Faustina Kacht hier. Ich kann unser Treffen kaum erwarten. Bitte kommt pünktlich. Nächte voll Spaß. Hoffe, ihr habt nicht vor, viel zu schlafen. Ich möchte nicht darüber sprechen. Tja. Seht euch vor. 11 Uhr. Mal sehen. Jetzt haben wir es 14 Uhr, also 23 Uhr wahrscheinlich. Warten wir mal bis... Ja, bis 8. Also 6 Stunden. Dann können wir nämlich draußen schnell reisen. keine Ahnung, keine Ahnung, wie lange das ja dann dauert, dorthin schnell zu reisen. Fühlt ihr euch nicht gut? Na, sie sind immer noch da. Also von dem her. Aber ich möchte mal kurz speichern. Nicht, dass es wegen dem Einbruch vorher nicht mehr geht. Der Spiel stand und er wieder kaputt ist. Ja, ich wusste es. Das heißt, wir dürfen nicht einbrechen. So, ein Mist. Vielleicht geht der automatische Spielstand und wäre nur das der kaputt. Ich höre Musik. Aber der Ladebalken bewegt sich nicht. Schade. So, Oblivion, keine Rückmeldung. Ja, schade. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssten auch warten, bis wir irgendwann in sein Haus dürfen oder er mal nicht in dem Haus drin ist. Hm. Schlafen wir einfach mal bis Abend. Bis zum Abend. Oder vielleicht müssen wir einfach nur warten, bis die Frau mal nicht mal zu Hause ist. Wir können ja in des Grafen Waffen können wir ja regelmäßig warten. Das sollte kein Problem sein. Ach, ich muss die Quest ja erstmal ausrüsten. Offenbar hatte ich das nicht getan. Wir dürfen immer noch nicht rein. Schade, na gut. Dann warten wir jetzt hier drin einfach mal ein bisschen. Einfach eine Stunde warten und dann wieder nachsehen, ob es geht. Nein. Warten wir noch eine Stunde. Nein. Geht es euch gut? An ¿ Hyg rad Smith- Nein. Es. Ich schade. Ja. Eże. Wir sind so. Wir sind so. Wir sind paragraph